Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play GTA 4, ja, heute schon im Ladebildschirm. Meine kleine Abwechslung, ich wollte schon nur sagen, dass es irgendwie bei mir in letzter Zeit besser klappt mit den Anmelden im Rockstar Social Club, irgendwas scheint ja wohl gefixt worden zu sein, was mir sehr gut gefällt und, ja Leute, ich weiß, ich bring schon wieder mal GTA, eigentlich müsste heute mal wieder Minecraft kommen oder so, aber heute wird noch ein bisschen mehr kommen, Leute. Ihr werdet heute keinen Song bekommen oder so, sondern ihr werdet heute eine Samsung Galaxy S5 Gaming Review bekommen, äh, S7 Gaming Review, also Gaming Review, also, oder eher Gaming Test, den werde ich heute mal machen. Und wir haben drei Missionsgeber, wir machen heute mal wieder, äh, was für Roman, weil wir schon lange nichts mehr, äh, für Roman gemacht haben. Und ich glaube, das Radio, äh, die Gamer, äh, Gamer, 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 muss mal kurz in den Optionen was gucken, ich glaube, das Radio ist... Erstmal... Äh, was ist das denn hier? Erstmal ein bisschen alles runterstellen. So. Lass mal nochmal gucken, hat er jetzt gespeichert. Ja. So ist besser. Ja, wir fahren hier schön mit unserer Banshee erstmal zur Mission. Und dann, ja Leute, oh. Ich hab leider nicht mehr so viel Speicher auf der Festplatte. Ich hoffe, dass ich den Party aber trotzdem hinbekomme. Deswegen will ich auch heute wirklich nur höchstens eine Viertelstunde machen. Nicht, dass meine Festplatte hier überquillt mit seinen 9 GB, weil ich hab wirklich nur eine Mini-Festplatte. Ich hab alles geil, also die Festplatte hier nur 232 GB. Aber ich hab alles geil, also die Festplatte hier nur 232 GB. Ah ja, Prusy, wunderbar. Sons of things. Yesterday, I was on one, and I discovered a blog about women who don't like to share. That's pretty important. Listen, I promised Prusy I'd go out with you. Can you go out and get it sorted? Uh, don't do trois. You register on one of the PCs there. This girl is expecting, and the board of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Oh man, so ein voller Dude. Vor allem, der hat noch nicht mal Kraft. Na, beschwerte dich. Dann will ich mich auch aufregen. Ins Internet. Wo ist unser Auto? Ah, da ist es. Super. Warum ist es nicht markiert? Ah doch, das ist markiert. Ah doch, das ist markiert. Wunderbar, das Internet Café. Yeah. Dann fahren wir mal schön hin. So, schön geparkt. Das. Perfekt würde ich es mal sagen. Dann gehen wir mal schön ins Internet. Juckt mich es oder so nicht. Moin. Yeah, it's okay. Okay. Oh, web. Schön in der Explorer. Ähm. Okay. Okay, zack. Jetzt können wir da wieder rausgehen. Ja, gut. Gott. Ja. Das war's schon. Müssen wir mich verarschen. Das war noch nicht mal 10 Minuten. Wenn wir noch nicht mal Geld, dann machen wir natürlich noch eine Mission. Little Jacob ist näher. Und ich glaube Little Jacob hat was spannenderes. Obwohl, Faustin hat eigentlich auch was geschnürt, was spannender ist. Weil wir sind da ja auch schon ein bisschen länger für Missioner machen. Zwei, drei haben wir doch schon. Egal. Machen wir erst mal. Little Jacob. Ich habe die E-Mail-Account. Ich bin jetzt online in Liberty City, Romance. Du kennst die Mädchen, die dort arbeitet? Ich bin besser als T-T-Server. Later. Okay. Wir fahren dann mal. Ja. Hi, da ist er schon. Der gute Little Jacob. Ja, pack mir unsere Benchy mal ordentlich. Zack. Schau uns mal einer an hier. Benchy, richtig geiles Auto. Einer der geilsten Fahrzeuge, wie ich finde, in GTA 4. Auch in GTA 5 bin ich noch richtig geil. Ist ja schon seit GTA 3 im Spiel. Hey! 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 richtig gutes Bild. What about her? Unbezogen. I have a new understanding of that. He is her. He is a myth. He is a bit... He is. Alright. Let me explain. Because business guilds are the other people. Right. They are selling weed, they are not supposed to sell weed. They are not cutting weed. They want to go down there and deal with them. They are not supposed to be cheap, where do I find them? Cheap? Cheap my youth. They are worried about cheap, but now we are not worried about cheap. Who are they up on the corner, mister? Das war's für heute. das ist ja was sie gefällt eigentlich nicht so Schau dass wir jetzt nicht gestrickt wird weil viel kann ich nicht machen wenn er ist nicht wirklich ein großer YouTuber von daher ich hoffe da passiert jetzt nichts so wo sind wir hin boah wir sollen weit fahren beeilen wir uns aber jetzt aber wir haben ein schnelles Auto aber noch 5 Minuten Alter ich hoffe wir schaffen das so schnell boah jetzt nirgendwo reinfahren heute werden wir die Mission geschafft ich weiß jetzt nicht wie schnell wir das schaffen auf jeden Fall wenn wir das jetzt nicht schaffen unter 15 Minuten die Mission dann werde ich die Heimfahrt ab die Aufnahmen schon beenden so weil sonst gibt es Probleme und dann können wir den Part vergessen wenn der Speicher voll läuft dann da wird die Aufnahme einfach gelöscht dann steht da kein Platz blablabla dann haben wir ein Problem ja mach ich von wegen safely fahren überhaupt nicht so wie der da sagt wir rasen hier richtig muss sich beeilen so mach mal Platz hier das geht ja eigentlich recht schnell mit der Karre das geht ja eigentlich recht schnell mit der Karre ah ich glaube ich kenne die Mission noch das geht ja eigentlich recht schnell mit der Karre ich schau mir jetzt auch nirgendwo ein Auto hin so ja gut das geht ja eigentlich recht schnell mit der Karre Unauffällig folgen. Ja, wir haben auch einen Minimap. Wir werden ja auch mehr oder weniger sehen. Okay, der geht durch die Gassen hier. Okay, Bild ist schon scharf. Es sah gerade so unscharf aus. Ja, der ruft auch immer so ungünstig an. Richtbin hat gescriptet, ey. Ja, gut, das klappt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, gab es das Minuspunkte? Ich glaube nicht, weil es gescriptet war, dass er jetzt anruft, glaube ich. Boah, das Spiel sieht gerade richtig geil aus irgendwie, finde ich. Ich glaube, der hat das noch nicht bemerkt. Wird er auch hoffentlich so schnell nicht. Okay, dann gehen wir mal durch diese Ghetto-Wohnungen. So, dann wieder hier auf die Straße. Aus dem Weg, nicht aus dem Platz. Gut, dass der Verkehr hier deaktiviert ist. Kann man ja auch ruhig über die Straße gehen, ohne dass wir angehubt werden und das auffallen sollte. Ja, spiel, ich weiß nicht, wie man klettert. Zack. Okay. Ah, komm mal rüber. Oh, scheiße. Ja, Leute, ich werde auf jeden Fall hier danach direkt die Aufnahme beenden. Ja, ich bin zu weit weg. Ich komme doch jetzt. Ich bin zu weit weg. Egal, Leute, ähm, wir beenden jetzt den Part. Ähm, sonst geht hier mein Speicher noch voll. Und sonst dauert die Aufnahme auch zu lange. Das war ein neuer, äh, 15 Minuten Part. Von GTA. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. So, hier. Scheiße. Oh, wie dumm. So, wo ist jetzt unsere Karre überhaupt? Da hinten, glaube ich. Okay, gut, Leute, ähm, wenn die Karre steht, das wäre geil. Hier müsste die doch stehen, oder? Ja, da steht meine Karre noch. Schöner Benchy. Okay, Leute, ähm, das war's mit dem, äh, heutigen Part. Ähm, obwohl das passt schon noch. Ja, okay. Aber doch nicht jetzt, oder? Müssen wir jetzt? Ne, wir dürfen jetzt auch noch einfach mal fahren, ne? Ich fahr jetzt einfach. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich nehm mich da noch mit. Boah, richtige Schrottkarre. Da fährst du falsch herum. So, 5 Dollar. Da schon 10... Scheiße, schon wieder 5 Dollar ausgegeben. Immer so ne Geldverschwendung hier. Ah! Ah, verdammt. Ich wollte einen geilen Drift machen. Hat ja super geklappt. Ramm mich nicht. Pass auf, wie du fährst. Ich hab einen dicken Benchy. Ich bin sogar so viel schneller als du. Oh, Alter. Da kommt ja schon ein Krankenwagen. sehr direkt da an der Straße, das Krankenhaus. Auf jeden Fall, ich nehm euch, wie gesagt, jetzt auch noch mit zum Speichern. Weil wir sind ja relativ schnell mit der Karre. Wie ihr höchstwahrscheinlich seht und... Ach, scheiße. Erstmal schwer wieder nehmen, hat ihn getötet. Das war bitter. Aber naja. Aber die Karre lebt noch. Motor aus. Zack. Und jetzt schnell speichern. Was willst du? Wird ich auch abgeschnallen, du Arsch. Vor allem, little boy. Ich bin viel größer als du. Also, bald. Viel mehr Money als du. Noch nicht, aber... Bald schon. Ähm, wir speichern einmal. Okay, Leute. Jetzt machen wir schon 20 Minuten Part. Ich bin mit auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall raus. Ach du Scheiße, wie lange der Part schon geht. Da stützen wir die Festplatte vielleicht ab. Äh, nicht die Festplatte, die Aufnahme. Ich bin mit raus. Ciao, Leute. Ich bin mit raus. Töne! detailed Lesen. Ich bin mit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.